So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokemon Go. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Video jetzt überhaupt machen darf, machen soll, wie auch immer. Hab für heute auch was ganz anderes geplant. Aber ich habe was in einer News-Gruppe gesehen, das vielleicht für viele Leute interessant ist. Es ist noch brandaktuell, es ist noch frisch, es ist noch richtig genial. Es ist noch nicht für alle da. Kann sein, dass es gerade getestet wird wieder mal. Aber der Ready-Button, der Bereit-Button ist aufgetaucht. Es wurde wohl im Data-Mine irgendwo mal was gefunden dazu. Wie immer, wenn im Data-Mine was ist, dauert das noch 100 Jahre, bis das ins Spiel kommt. Jetzt hat jemand berichtet, er wurde eingeladen, er hat den Bereit-Button gehabt in der Lobby, wo man also die Lobby-Zeit überspringen kann. Und jeder hat das angezweifelt. Derjenige hat dann aber ein Video gezeigt, ein Video gepostet, eine Bildschirmaufnahme gemacht. Wurde wohl aus Hongkong, Hongkong-Raum, Asia-Raum eingeladen. Und dieses Video möchte ich euch jetzt mal einblenden, dieses Video möchte ich euch jetzt mal zeigen und mit euch dann darüber reden. Jetzt muss ich kurz warten, ich habe das nämlich hier in Dauerschleife. Und wenn das vorbei ist und wieder neu anfängt, blende ich euch das ein und wir reden drüber. So, ihr seht, da wird eingeladen zu einem Mega-Zobiris-Raid. Man kann nichts lesen, ist Hongkong, ist irgendwo. Dann habt ihr 95 Sekunden Lobby-Zeit beim Beitritt. Ihr seht einen grünen Bereit-Button, ihr müsst bestätigen, ich bin bereit. Dann ist ein Häkchen dran, dann steht auch da, zwei von zwei Spieler sind bereit, nämlich der Einladende und der Eingeladene. Und dann wechselt sofort die Lobby-Zeit von diesen restlichen 90 Sekunden auf nur 10 Sekunden, die abzählen. Man kennt das ja vielleicht von irgendwelchen anderen Spielen, wo es auch Lobbys gibt, Online-Games wie, sagen wir mal, Call of Duty oder irgendwas. Ihr geht dann rein, ihr wartet noch auf Mitspieler, ihr sagt auch eigentlich, bin ich fertig. Ihr drückt auf Ready, der Nächste drückt auf Ready hin und her und dann zählt nur noch 10 Sekunden, dann geht's los. Das, anstatt offen 100 Jahre zu warten, ob vielleicht irgendjemand sich dieser Spielsitzung noch anschließt, könnt ihr, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt loslegen, schon loslegen. Und das ist das ganze Prinzip. Ist dann natürlich auch egal, ob es ein Fan-Raid ist oder ob ihr vor Ort raidet, der Button ist ja in der Lobby drin. Seit dem letzten Update ist es ja auch so, dass dieser Team-Name, wenn ihr ein Kampf-Team erstellt habt, da hat das ja einen Team-Namen. Der stand immer über euren sechs Pokémon. Seit dem letzten Update ist der Team-Name unterhalb eures Teams. Wenn ihr gar kein Team habt, steht ja immer da Empfohlen, neben dem Stern. Empfohlen steht jetzt ja unten. Das ist dasselbe, was ich meine. Warum das jetzt unten steht, scheint ja also mit dem Ready, mit dem Bereit-Button zu tun zu haben, weil der Bereit-Button nämlich genau da oben steht, wo immer Empfohlen stande. So haben sie Platz geschaffen, dass der Bereit-Button direkt über eurem Team erscheinen kann. Ihr drückt also bereit, dann wechselt es auf zehn Sekunden und dann muss man nur noch diese zehn Sekunden warten. In den zehn Sekunden könnte man trotzdem nochmal abbrechen, nochmal rausgehen, falls irgendwas doch nicht passt oder man zu schnell gedrückt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, das kann sein, dass es in den nächsten Tagen jetzt ausgerollt wird für alles und für jeden. Kann sein, das ist nur ein Test, kann sein, es ist aus Versehen als Bug schon reingekommen, veröffentlicht worden, soll gar nicht beabsichtigt sein, wird wieder entfernt. Und wir warten trotzdem noch 100.000 Jahre darauf. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist das was, worauf ihr gewartet habt? Habt ihr darauf Bock? Braucht ihr das? Ich kenne viele Spieler, die sagen, sie machen Solo-Rades immer Herausforderungen. Für die ist das sicherlich mega nützlich, wenn die sich hinstellen, sagen, ich mache jetzt hier diesen Raid. Ich gehe jetzt hier rein. Jetzt muss ich zwei Minuten lang warten, bis ich endlich loslegen kann. Das ist mega nervig. Ich habe mein Team noch vorher schon ausgewählt. Die Spieler können natürlich dann in die Lobby rein, auf bereit drücken. Können dann rüberwischen noch auf ihr Team, was sie ausgewählt haben und direkt loslegen. Das hilft bei jedem Raid. Sparst du gefühlt zwei Minuten. Mach mal eine Raid-Tour am ganzen Tag mit 1000 Raids. Sparst bei jedem Raid zwei Minuten oder wenn ihr halt unterwegs seid, ja, in einer Gruppe. Ihr raidet in dieser Gruppe geschlossen. Ihr habt auch keine Zeit. Da geht es auch nicht um andere, um sonst was. Ihr fahrt da hin. Ihr geht da rein. Ihr drückt bereit. Ihr macht den Raid. Ihr zieht weiter. Geht rein. Drückt bereit. Macht den Raid. Zieht weiter. Das klingt auf jeden Fall gut. Das hat ja auch Vorteile. Vielleicht gibt es aber auch Nachteile. Normalerweise, wenn du in irgendeiner Großstadt oder so bist, dann gehen vielleicht welche in die Lobby. Die müssen zwei Minuten warten, bevor sie anfangen können. Du, der dort zu Gast ist oder zu Besuch, läuft durch die Gegend, spielt Pokémon Go, kennt dort niemanden, kennt sich auch nicht aus. Sieht aber durch die neue Anzeige. Da hinten bei der Arena, da sind Manikigen drauf. Das heißt, da ist jemand in der Lobby. Ihr braucht nur eine Minute bis dahin. Dann beeilt euch noch. Lauft extra dahin und sagt, oh, das sehe ich. Da sind schon fünf, sechs Leute in der Lobby. Ich möchte keinen Fan-Raid-Pass ausgeben. Ich brauche ja nur eine Minute bis zur Arena. Lauft dahin. Geht mit rein. Macht den Raid. Findet so vor Ort vielleicht sogar noch andere Spieler. Könnt mal Hallo sagen, hin und her. Würde das nicht vielleicht sogar wegfallen? Dann gehen die nämlich rein. Du siehst das. Dann drücken die aber alle auf bereit. Du willst gerade loslaufen. Und wenn du dann ankommst, dann hast du gar keine Chance, überhaupt mitzumachen. Weil die sind ja alle schon fertig. Die sind ja alle schon bereit. Die machen ja schon den Raid. Und bleiben so unter sich. Sodass gar nicht gegeben ist, dass man mit anderen zusammen raidet oder neue Leute kennenlernt. In dem Sinne. Vielleicht ist das aber wieder zu überdramatisiert. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Was habt ihr für Bedenken? Wo seht ihr die Vorteile? Wo seht ihr die Nachteile? Ansonsten war es das gerade von meiner Seite aus erst mal. Ich weiß noch nicht, was ich von halten soll. Mich haben die zwei Minuten Lobbyzeit eigentlich nicht so gestört. Aber bei Community Raids, wenn alle drin sind. Obwohl weiß ich ja auch wieder nicht. Wenn ich einen Community Raid mache und sage, es sind alle hier drin. Und ich starte. Ja, dann geht es halt los. Aber es kann ja manchmal sein. Du machst einen Community Raid. Es sind alle drin. Und selbst am Schloss letztens mit Reike ist plötzlich noch einer und noch einer reingekommen. Kann ja sein. Das waren Leute, die waren in der Umgebung und sind dann mit rein, weil die gesehen haben, wir haben da gerade einen Raid gemacht. Hätten gar nicht die Möglichkeit, aber den Raid mitzumachen. Denen kann dann also gar nicht geholfen werden, weil die sind vielleicht nur zu zweit. Ihr seid zu zehnt. Die sind nur zu zweit. Die sind froh, wenn da eine öffentliche Lobby ist und sie zwei Minuten Zeit haben, sich mit anzuschließen. Diese zwei laufen rum und sehen dann nichts mehr, weil alle reingehen, direkt bereit drücken und dann weiterziehen zum Nächsten. Hat also Nachteile, hat Vorteile. Welches Team seid ihr? Team Vorteil, Team Nachteil. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.